Heute machen wir eine kalte Limonade. Dazu benötigen wir ein paar Zitronen, eine Zitronenpresse, ein Schneidebrett, ein Messer, Eiswürfel und ein Glas. Als erstes schneiden wir die Zitronen, fressen sie aus und gießen das Ganze in eine Eiskühle. Wiederholen das Ganze bis das alles voll ist. So, das legen wir jetzt ungefähr einen Tag in den Kühlschrank. So, wenn das Ganze jetzt eingefroren ist, dann gebe ich vorsichtig drei Eisstückchen in mein Glas. Dann kommt Wasser hinzu und genieß mein leckeren Sommergetränk auf dem Balkon. Dankeschön. Female Alle